Eine ganz besondere Roomtour, nämlich eine künstlerische, erwartet euch am kommenden Freitag hier auf unserem YouTube-Kanal Hausbauerhelden. Wir besuchen den Stuttgarter Künstler Thomas Weber. Thomas hat hier eine wunderschöne Altbauwohnung in Stuttgart und hier wohnt er nicht nur, nein, hier arbeitet er nur. Wie wir sehen können, hier wird er kreativ, hier geht er seiner Kunst nach und hier macht er aber auch viele andere Sachen und wir suchen uns Inspiration und haben sie mannigfaltig gefunden in vielen kleinen Details, wo er hier mit viel Liebe seine eigene Kunst und seine Leidenschaft reinbringt. Und das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen am kommenden Freitag um 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal Hausbauerhelden.